auch ein herzliches willkommen von mir ich darf euch heute eine neue variante unseres flexus 2 vorstellen hier haben wir den flexus camp wie gesagt er gehört zu der flexus 2 baureihe was haben wir daran geändert wir haben das sitzkissen nun flacher gestaltet man sieht wenn man zwei sitze direkt nebeneinander hat hat man einen lückenlosen übergang zwischen den sitzen damit würde sich eine neue bettlösung generieren lassen indem man den fahrersitz einfach dreht man den tisch dann runter stellt und mittels eines zusatzpolsters haben wir hier nun eine weitere form einer bettlösung neben unserer sl3 bank und unseren wenn x sitzen haben wir dadurch noch eine weitere bettlösung für camper und freizeitmobile der vorteil an dem flexus camp ist dass er leicht ist dass er nicht so breit ist wenn man zwei sitze nebeneinander stellt haben wir 860 millimeter damit lässt sich noch leicht eine weitere möbelzeile mit verbauen und der vorteil ist dadurch dass es von unserer flexus 2 baureihe kommt ist es ein getesteter basis sitz für unsere gängigen fahrzeugtypen